Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Heute zum Thema Pflegeentwicklung. An meiner Seite darf ich herzlich begrüßen Eva. Hi Eva. Wie immer haben wir natürlich auch eine Gästin zu dem Thema gewinnen können und ich freue mich sehr, Frau Susanne Herzog oder Susanne. Im Vorfeld haben wir uns dazu abgestimmt, dass wir uns duzen. Ich darf dich herzlich begrüßen bei uns im Podcast und würde dich beten, dass du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellst. Ja, Alex, vielen Dank. Also ich bin Susanne Herzog. Ich bin seit 2010 hier an einem großen Krankenhaus in Bielefeld Pflegeentwicklerin oder ich werde auch Pflegeexpertin bezeichnet. Und ja, das sind jetzt zwölf Jahre. Vorher war ich, das kann ich vielleicht noch ein bisschen erzählen, in der Forschung auch und habe schon eine relativ lange berufliche Karriere hinter mir. Ich bin jetzt zusammen mit der Ausbildung seit 45 Jahren in der Krankenpflege tätig. Und du hast die Ausbildung in der Erwachsenenkrankenpflege. Genau, ja. Also bist noch Krankenschwester. Ich bin noch Krankenschwester. Ja, sehr schön. Wir sind ja hier heute in Bielefeld zusammen. Ich glaube, das ist eine der ersten und bisher wenigen Aufnahmen, die wir vor Ort durchführen. Deswegen danke, dass wir hier hinkommen durften. Susanne, bevor wir jetzt zwischendurch vielleicht auch noch mal mehr darüber sprechen, wie so dein Hintergrund ist, wie das alles dazu gekommen ist. Vielleicht magst du erst mal ein bisschen darüber erzählen, was du jetzt in deiner Position oder aus deiner Position heraus unter Pflegeentwicklung verstehst. Ja, Pflegeentwicklung. Dazu kann ich vielleicht eine ganz kleine Anekdote kurz erzählen, als ich 2010 hier anfing und mein Büro bezog. Dann habe ich dann an der Tür ein kleines Schildchen befestigt und dann stand da drauf, Susanne Herzog, MSCN, Pflegeentwicklung. Und dann kam ein Chefarzt dort vorbei, hielt an und sagte, hä, was ist das denn? Pflegeentwicklung. Das klingt so nach Entwicklungsland, Entwicklungshilfe. Ja, das war so mein Einstich. Man muss dazu sagen, dass dieser Chefarzt sehr häufig in Afrika auch unterwegs ist und dort ehrenamtlich auch Leute begleitet. Das macht es nicht besser, die Aussage. Nein, aber vielleicht hat er das so ein bisschen in Verbindung gebracht. Ja. Ich musste schmunzeln. Ich habe mich jetzt nicht geärgert. Aber das war ja nicht deine Frage, sondern du hast gesagt, was ich damit verbinde. Und bei dem Begriff können wir ja nachher noch ein bisschen sprechen, aber mir geht es darum, eben die Pflege weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass dieser Zusatz weiter besser wäre, weil es gibt schon seit Ewigkeiten Pflege. Es ist eine der längsten Berufe wahrscheinlich auch oder Tätigkeiten, besser gesagt. Aber wir haben in den letzten 25 Jahren doch ganz große Fortschritte auch in der Wissenschaft gemacht, Pflegewissenschaft. Das gibt es ja erst seit Anfang der 90er und da ist sehr viel neues Wissen auch entstanden. Und das eben auch in die Praxis zu bringen, zu versuchen, nach wissenschaftlich belegten Ergebnissen zu arbeiten. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt noch gar nicht viele wissenschaftliche Ergebnisse so in der Pflegeforschung. Aber trotzdem, wir sprechen dann ja auch von Best-Practice-Wissen und das verstehe ich darunter. Und das bezieht sich nicht nur auf die Pflege allgemein. Ich kann auch noch ein bisschen differenzieren, das geht einfach im Sinne des Patienten, dass er eine bestmöglichste Versorgung erhält. Es geht aber auch um die Pflegenden, dass wir die als Pflegeentwickler auch begleiten und dass sie sich eben auch weiterentwickeln. Wo würdest du, oder wenn du von Pflegeentwicklung sprichst, wo siehst du das angegliedert? Also wenn man sich so klassisch so ein Krankenhaus vorstellt, wo befindet sich Pflegeentwicklung? Also findet das am Bett statt oder im direkten Patientenkontakt oder ist das eher so in Richtung Verwaltung, Steuerung? Also du sprichst das jetzt auf meiner eigenen Erfahrung an oder meinst du das theoretisch? Genau, oder so im Allgemeinen, genau. Also ich glaube, die Pflegeentwicklung selbst findet jetzt nicht unbedingt am Patientenbett statt. Also dazu müsste man ganz viele Leute sein. Ich habe interessanterweise neulich nochmal einen Artikel über das Uniklinikum Basel gelesen. Die haben allein 50 Pflegeexperten in der Pflegeentwicklung. Also die Pflegeentwicklung ist, so stelle ich mir das vor, einfach darüber angeordnet. Aber zu diesem Bereich gehören eben so viele Pflegeexperten. Und so ein bisschen hast du es ja auch aus deinem Bereich erzählt, dass ihr ja auch verschiedene zum Beispiel Pain Nurses oder so auch bei euch jetzt auch angesiedelt habt. Also ich unterscheide dann erstmal Pflegeentwicklung. Dann haben wir vielleicht noch die Pflegewissenschaft. Unikliniken haben das ja oft nochmal, diese Unterteilung. Und dass eben die Leute, die vor Ort am Bett arbeiten, das sind zum Beispiel Leute jetzt auch, die aus der akademischen Pflege kommen mit Bachelorabschluss, die sich vielleicht auch zu einem Pflegeexperten weiterentwickeln können oder diese APNs, so ist ja die Abkürzung. Das sind ja jetzt Fachleute, die zuhören oder Advanced Practice Nursing. Also Leute, möglichst mit einem Masterabschluss, sind aber auch einige mit Bachelorabschluss unterwegs und die arbeiten eben vor Ort, arbeiten in schwierigen Patientensituationen, direkt auch mit den Patienten. Aber sie leiten eben auch häufig die Kolleginnen und Kollegen an, damit die eben auch mit besonderen Situationen vielleicht noch besser umgehen können. Und sie machen auch sehr häufig Fortbildungen. Das habe ich selber jetzt bei unseren beiden auch erlebt. Das war richtig toll. Ja, weil man nochmal gemerkt hat, da ist so die richtig, die Praxis näher auch. Und wie siehst du die Verbindung zwischen den Pflege, den Personen, die in der Pflegeentwicklung arbeiten und denjenigen, die in der direkten Patientinnenversorgung arbeiten? Wie ist da die Zusammenarbeit, Verknüpfung? Also es wäre eben schön, wenn es noch, was ich eben sagte, diese Zwischenstufe geben würde, Bachelorleute und so. Bei uns ist es jetzt eben so, dass ich als Pflegeentwicklerin viel Kontakte habe über Unterricht. Also das heißt, wir haben zum Beispiel Einarbeitungstage für neue Mitarbeiter. Das sind drei Tage, die werden immer noch von der Pflegeentwicklung organisiert. Wir haben das immer wieder verbessert, optimiert und seit Anfang des Jahres haben wir jetzt eben sogar drei Tage. Und das Schöne daran ist, da kommen eben aus ganz vielen Bereichen Mitarbeiter des Hauses. Das sind auch nicht pflegende Leute, sondern das sind auch Leute aus der Hygiene, aus Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Und das organisiere ich und insofern habe ich da ganz viel Kontakt erstmal mit den neuen Mitarbeitern. Dann haben wir seit 2019 Trainee-Kurse für neue Mitarbeiter, die noch nicht so genau wissen, wo sie hin möchten. Und die durchlaufen dann acht Monate und werden alle zwei Monate auf einer anderen Station eingesetzt. Die haben dann zusätzlich zwei Tage Fortbildung im Monatunterricht. Das organisiere ich auch alles. Also das Inhalt, nicht das Organisatorische. Da haben wir zwei pflegerische Leitungen, die das machen. Die machen auch die Einstellungsgespräche, Dienstplan und so. Aber für die inhaltliche Gestaltung dieser Trainee-Kurse bin ich zuständig. Und ich führe auch regelmäßig Reflektionsgespräche, jeden Monat eine Stunde. Und ich versuche auch gerade bei denen, um die auch vielleicht noch so ein bisschen zu formen, viel mit Praxisbeispielen zu arbeiten, Fallbeispielen und immer wieder auch darauf zu setzen, wie sind deine Entscheidungen, was willst du machen und wie begründest du sie. Und das mit dem Begründen, das habe ich, glaube ich, in Witten ganz, ganz doll verinnerlicht und gelernt. Also, dass das so wichtig ist. Und dann natürlich ganz viele andere Geschichten. Vielleicht zum Beispiel habe ich mich jetzt jahrelang um neue elektrische Betten gekümmert. Erstmal so diese Erprobungsphase, das, was eine Pflegeforscherin auch vielleicht machen würde. Was gibt es? Welche Kriterien haben wir und so weiter? Und dann ging es aber so weiter, dass ich mich dann eben auch um den Austausch mitgekümmert habe, mit das organisiert habe. Da sind ja ganz viele Berufsgruppen auch dabei. Und dazu gehörte auch wieder ganz viel Schulung für Mitarbeiter eben im Umgang mit diesen neuen Betten. Neue Matratzen, Positionierungshilfen, also ganz viel Hilfsmittel und wo immer auch Fortbildung möglich war. Dann aber auch so Sachen, das habe ich jetzt aber in der Zeit ganz selten gemacht, Begleitung von Schmerzexperten auf Stationen, dass ich mit denen auch mal was gemacht habe. Aber das ist jetzt, seitdem ich eben das hier relativ alleine mache, ziemlich hin und runter gefallen. Ich habe auch nur eine 80 Prozent Stelle. Ja, du hast gerade schon eigentlich sehr ausführlich dargestellt, also was Pflegeentwicklung eigentlich für, ja ich würde mal sagen, Tätigkeitsfelder hat oder Aufgabenbereiche. Also von einer innerbetrieblichen Fortbildung bis zur Begleitung von Pflegekräften vielleicht mit erweiterten Kompetenzen bis hin zur Beurteilung von Hilfsmitteln. Also es ist sehr vielfältig und auch, glaube ich, sehr unterschiedlich von der Klinik, wo Pflegeentwicklung angeordnet oder angedockt ist. Lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal gucken, dass wir den Begriff Pflegeentwicklung vielleicht nochmal definieren. Also was verstehst du unter dem Begriff Pflegeentwicklung? Also das habe ich ja eben schon mal versucht zu sagen. Es geht also um die Weiterentwicklung der Pflege, der professionellen Pflege. Es geht um die Verbesserung und immer in Bezug auf die Patienten, also da erinnere ich mich immer noch so sehr auch an die Begründer des Pflegewissenschaftlichen Instituts, denen das ja auch so wichtig war, dass es nicht um Eigenzweck ging, Pflegewissenschaft. Ich glaube, der Schnepper hat immer gesagt, dass man da so irgendwo auf dem Sofa sitzt und sich über irgendwelche Sachen hochtheoretisch austauscht, sondern es geht wirklich darum, und das hat Frau Schröck auch immer wieder so unterstützt, zu sagen, es geht um den Patienten und das bei dem auch das neue Wissen, die neuen Kenntnisse, die dann in Kompetenzen irgendwie auch ankommen müssen. Und das ist für mich eben Pflegeentwicklung. Und ich kann vielleicht, ja, ich sage das mal kurz, wir haben ja neulich ein Treffen gehabt, ein Alumni-Treffen in Witten. Und dann hatten wir einen Artikel von Frau Zegelin und Frau Bartholomejcik von 2021 im Schwesterpfleger veröffentlicht. Und dann haben die sich nochmal so die Frage gestellt, okay, jetzt gibt es 25 oder jetzt inzwischen 26 Jahre den Studiengang Pflegewissenschaft an der UWH. Und was hat sich denn in der Zeit entwickelt? Und ich gehörte ja zu den allerersten Studierenden auch da 96 und wir hatten ein riesen Eröffnungsfest schon eine Woche später und dann mussten wir Studierende alle auf die Bühne treten und sagen, was wir denn mit dem Studium anfangen wollten. Und ich gehörte dann zu der Gruppe putzigerweise, die sagte, ja, wir möchten gerne, dass die Erfahrung aus der Pflegepraxis in die Pflegewissenschaft gegeben wird, also jetzt nicht Pflegeentwicklung, sondern Pflegewissenschaft, dort bearbeitet werden und wir sie dann wieder zurückgeben und helfen und unterstützen auch dabei zu implementieren, diese Unterstützung zu implementieren. Das ist vielleicht wieder Pflegeentwicklung vor Ort auch. Naja, und dann haben sie auch das, was wir eben schon gesagt haben, diese vielen Tätigkeiten, da kommen ja noch viel mehr dazu, dass es wie so ein Bauchkasten ist. Und die beiden haben dann geschrieben, eigentlich müsste man eine ganze Abteilung einstellen, um diese ganzen Sachen, siehe Basel, die so viele Leute haben, um das Ganze zu beackern. Und eigentlich waren die beide auch, also Frau Zegelin auf jeden Fall, das weiß ich, dass sie auch enttäuscht ist, dass es so lange gedauert hat, dass sich eigentlich noch nicht so viel verändert hat. Und ich habe dann aber nochmal zurückgeguckt und allein auf Nordrhein-Westfalen, mal bezogen, mal so ein bisschen Internet geguckt und es sind wirklich viele Kliniken, die inzwischen auch sich das leisten, eine Stabstelle Pflegeentwicklung zu haben. In den unterschiedlichsten Färbungen sozusagen. Aber es ist eben auch, das kommt vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher, meines Erachtens auch sehr abhängig davon, welche Haltung die Geschäftsführung und die Pflegedirektion eines Unternehmens hat. Also wenn die den Nutzen von Pflegeentwicklung und auch von Pflegewissenschaft anerkannt hat, also wenn die weiß, Mensch, es gibt da die Studien, die besagen, dass die Mortalitätsrate wesentlich geringer ist, wenn man akademisiertes Pflegepersonal und demzufolge auch Pflegeentwickler und so eingestellt hat und das macht so viel aus. Oder vielleicht können die auch dabei helfen, Pflegen auf ihrem, ich sage mal, Karriereweg auch ein bisschen zu begleiten. Das machen ja auch die Vorgesetzten natürlich, die führen ja auch diese Jahresgespräche und gucken dann, aber wir haben vielleicht auch nochmal Ideen, weil wir ja auch oft auch so Netzwerke haben, sagen, Mensch, das wäre doch vielleicht mal, dass du dich als Painurse oder Schmerzexpertin irgendwie ausbilden lässt. Das heißt, man würde auch die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern unter Umständen durch so eine Pflegeentwicklungsstelle oder Stabstelle auch fördern. Und letztendlich glaube ich, dass die Patienten auch davon profitieren können, wenn man eben bestimmte Pflegesysteme auch einführen könnte. Jetzt ist es ja so, dass eigentlich es ja auch so ist, dass oder ganz sicher so ist, dass Pflegekräfte, die jetzt in der direkten Patientinnenversorgung arbeiten, ja auch den Anspruch haben, nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zu handeln. Das ist ja auch unter anderem euer Ziel, dieses aktuelle Wissen zu erarbeiten. Was habe ich als Pflegekraft in der direkten Patientinnenversorgung denn davon, dass es eure Stellen gibt? Gute Frage. Also ich nehme mal als Beispiel Expertenstandards. Wenn ich die Einstellung habe, ich möchte so wie das auch ICN-Ethik-Kodex, was weiß ich, wo es drinsteht, dass es auch zu meinem beruflichen Selbstverständnis gehört, dass ich mich auch mein ganzes Leben lang weiter fortbilde, dass ich das neueste Wissen auch haben möchte. Wenn ich diese Einstellung habe, dann bin ich vielleicht auch froh darüber, dass es diese Expertenstandards gibt. Und ich bin vielleicht nicht nöckelig darüber, dass ich jetzt auch noch den Schmerz einschätzen soll, die Schmerzintensität dreimal am Tag. Also sowas haben wir jetzt in unseren Verfahrensanweisungen auch geschrieben. Und also das gehört beides zusammen. Die Bereitschaft eben, sich auch immer weiter fortzubilden. Und wir haben dann eben auch zu den Expertenstandards ganz viele Fortbildungen gemacht. Ab 2016 verschärft nochmal. Also Schmerzmanagement ist so mein Thema auch. Da sind wir schon seit, eigentlich seit, ja, fast seit Anfang an dabei. Schläft aber immer wieder auch so ein bisschen ein, muss ich mal selbstkritisch auch so sagen. Und ja, und dann haben wir eben oft so Präsenzveranstaltungen gemacht, für die Leute hinkommen konnten, vormittags, nachmittags. Das hat ein bisschen abgenommen. Dann kam Corona noch und man muss jetzt eben auf neue Formen umsteigen, auf elektronische Formen. Und in der Fort- und Weiterbildung haben wir jetzt schon seit einiger Zeit für die Pflichtfortbildung, also Brandschutz und so weiter, so ein Online-System. Und die haben jetzt auch die Expertenstandards da drin. Und ich finde, ich habe das irgendwann im Winter, letztes Jahr, glaube ich, mal so durchgearbeitet. Und ich fand das richtig gut. Also das ist nicht das Wissen, was ich jetzt von einer Pain-Nurse oder Schmerzexpertin erwarte. Aber ich möchte, also für die Basis ist das schon mal richtig gut. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir es immer noch mehr optimieren. Also das ist ja auch so, heute braucht man viele Medien, wo man hört, wo man sieht, wo man nicht mehr so viel liest. Und das ist zum Beispiel jetzt auch eine Möglichkeit, dass wir dieses neue Wissen auch an die Pflegenden bringen. Und jetzt sind wir gerade dabei, eben diese Expertenstandards, die möchten wir gerne noch mit einem Extradokument von den Eigentümlichkeiten unseres Hauses ausstellen, also dass wir das noch dazunehmen. Aber dass man dieses Angebot, dieses käufliche Angebot eben nutzt und dann dazu noch unsere Spezialseite, Betel-Spezial, kann ich mal so sagen, noch dazu macht. Ja, das ist jetzt so die Idee, weil auch bei anderen Fortbildungen jetzt, dann, wo es mal wieder ein bisschen mehr offen war, Corona-bedingt, merken wir einfach, es kommen nicht mehr viele. Und das hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass viele sehr erschöpft sind. Und ich hatte jetzt mit ganz jungen Leuten auch zu tun, die sagen, nach acht Tagen bin ich platt. Also ich kann da nicht mehr. Und die sind auch nicht gewillt, dann noch wieder noch zu einer Zusatzveranstaltung zu gehen. Und da wäre das nur eine ganz gute Alternative, finde ich. Das bedeutet also, Pflegeentwicklung hat in dem Sinne vielerlei Schnittmengen zu unterschiedlichen Bereichen. Also man kann nicht sagen, Pflegeentwicklung macht jetzt diese originäre Aufgabe, sondern es gibt die Bereiche irgendwie Fortbildung, was immer wieder angeklungen ist. Genau, ich glaube auch, was wir hatten, Theorie Praxistransfer, wo dann ja nochmal Pflegekräfte in der Praxis auch von profitieren können. Also indem man immer wieder aktuelle Erkenntnisse so in die Praxis mit reinbringt. Du hattest vorhin einmal, bist du auf die Entwicklung von Pflegeentwicklung in Deutschland eingegangen, Wortspiel. Historie, genau. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Also weil du ja an sich eigentlich ja schon relativ früh damit angefangen hast oder eigentlich so das miterlebt hast in den 90er Jahren. Also wie Pflegewissenschaft sich auch entwickelt hat und welche Auswirkungen hatte das dann wieder auf Pflegeentwicklung eigentlich oder auf die Krankenhauslandschaft. Weil es gibt ja viele von deinen Kolleginnen und Kollegen, die dann später in so Stabstellenpositionen auch gewechselt sind. Also du musst deine Frage noch so ein bisschen konkretisieren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, so wie sich das einfach alles entwickelt hat. Also dass Stabstellen irgendwie gegründet worden sind. Dass dann ganz viele irgendwie aus seinen Studien gingen da auch mit. Also so ein bisschen dieser Gründergeist von Frau Zickelin. Okay, also dann gehe ich nochmal wieder zurück an die damals, ja, als wir angefangen haben, 1996 früher. Und also wir haben ja viel Austausch auch gehabt. Und immer wieder, und sie haben ja sogar extra damals, oder ich sage es nochmal anders, die Pflegepraxis war für sie eben das Ziel, die Pflegepraxis zu verbessern. Und das war für alle, die damals, das waren ja vier Leute, die das begründet haben, glaube ich das Wichtigste. Und dann haben die ja sogar schon direkt von Anfang an auch eine Stelle für eine Pflegefachfrau, also auch eine Pflegewissenschaftlerin gestanden, das war Anneke de Jong, die eben dafür zuständig war, die Kontakte zu Kooperationspartnern aufzunehmen und zu pflegen. Also die wurden, die Kooperationspartner, das waren Krankenhäuser, das waren aber auch ambulante Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort. Und die gehörten eben zu so einem Kreis, die mussten sich, glaube ich, bewerben und so weiter. Und dann haben eben, haben wir Wittner Studierenden zusammen mit diesen Kliniken oft auch Projekte durchgeführt. Und da ist zum Beispiel auch dieses Patienten-Learning-Center entstanden. Das war ja einmal so, ich glaube, im Ambulantendienst und Lüdenscheid. Genau, Lüdenscheid war eine Klinik, die immer ganz viel auch so mit uns gemacht hat. Oder wir sind dann auch da mal hingefahren, da war dann gerade das Thema Pflegeanamnese ganz groß angesagt, hatten wir bei Frau Zegelin Unterricht. Und dann mussten wir auf die Station ausschwärmen und mit den Kollegen vor Ort eben mal so, ja, Aufnahmegespräche führen. Und sie hatte uns so eingebaut, bitte nicht immer nur alles hier so runterlattern, was ja in der Tabelle steht, sondern versucht, ein Gespräch zu führen. Und da habe ich auch eine ganz tolle Erfahrung gemacht, dass, wenn ich das so gemacht hätte, wie es nach den ATL zum Beispiel, da wäre ich gar nicht auf die, oder ich hätte gar nicht das Hauptproblem des Patienten mal rausbekommen. Und der war zum Beispiel in irgendeine große Schaufensterscheibe gestürzt, hat einen unheimlichen Blutverlust gehabt, große Verletzungen und so weiter. Und dann haben wir den dann von der Intensivstation abgeholt und wir wollten, ich wollte mit dem in Kontakt kommen, ich wollte also ein Gespräch führen, aber der machte total zu. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was ist denn für Sie, was jetzt an erster Stelle steht? Und er sagte, ja, mein Portemonnaie ist weg, da waren tausend Euro drin. Und deshalb, das stand so im Vordergrund. Und ja, und dann haben wir das gelöst, war noch in der Ambulanz und so weiter. Und das fand ich so toll, dass eben von Anfang an auch schon so für uns Studierende diese Nähe zur Praxis auch da war. Und ja. Und wann jetzt so die ersten Pflegeentwicklungsstellen, ich weiß, eine Kollegin oder eine Mitschudentin von mir, die hat relativ früh dann schon in so einer Stelle angefangen. Das hieß dann, glaube ich, Qualitätsentwicklung in der Pflege. Also diese Begrifflichkeiten, die sind ja völlig unterschiedlich. Und die musste aber auch schon damals sehr viele andere Aufgaben machen, also auch mit Zertifizierung und mit, weiß nicht alles. Und eine Kollegin hat dann auch eine Stelle übernommen, die hat dann nach zwei Monaten das Handtuch geworfen. Weil die gesagt hat, die Strukturen geben einfach gar nicht vor, dass ich eine vernünftige Arbeit hier durchführen kann. Jeder will was anderes, die wissen nicht genau, wo das Ziel hingeht und so weiter und so fort. Aber inzwischen, denke ich, hat sich das an vielen Stellen schon durchgesetzt. Aber was ich eben schon mal sagte, das ist ja nicht gesetzlich vorgegeben. Anders als beim Qualitätsmanagement. Da ist ja jedes Krankenhaus verpflichtet, so eine Abteilung zu haben, Qualitätsbericht zu schreiben, alle zwei Jahre, glaube ich. Und das gibt es bei uns nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wie ist das in Österreich, wie ist das in der Schweiz? Also ich verfolge das jetzt nicht so ganz genau, aber ich sehe eben, die sind nach uns eigentlich begonnen oder haben begonnen. Die Pflegewissenschaftler in der Schweiz, die haben oft im Ausland studiert. Kesselring und wie sie alle hießen. Und trotzdem sind die jetzt schon total vorgeprescht und haben ganz viel implementieren können. Auch gerade was Pflegeentwicklung angeht. Eine Studierende, die ist ja auch da hingegangen und die ist dann für zwei Bereiche zuständig. Die hat dann nicht so einen Baukasten oder Bauchkasten wie wir hier, sondern die ist dann wirklich auf ganz pflegespezifische Fragestellungen auch ausgerichtet. Ja, und bei uns ist das immer so ein bisschen, man weiß, glaube ich, nicht so richtig. Und das muss ich auch noch sagen, ich glaube dadurch, dass eben ein paar hoch engagierte Leute hier in Deutschland die Notwendigkeit erkannt haben, dass wir hier auch Pflegewissenschaft brauchen und sich dann wirklich da auch ins Zeug gelegt haben. Das war auch toll und ist richtig. Aber es ist nicht von der Politik gefordert worden, dass sie so was machen, sondern sie haben die Notwendigkeit gesehen. Und das ist, glaube ich, bis heute so ein bisschen so geblieben. Ich finde es immer ganz putzig und schön, wenn ich da mal plötzlich irgendwo was lese. Zum Beispiel gab es im November 2020 von dem gemeinsamen Bundesausschuss, das ist ja immer im Bundesanzeiger veröffentlicht und da war dann der Aufruf, dass das Schmerzmanagement in den chirurgischen Praxen und chirurgischen Kliniken immer noch, ich sage es mal vorsichtig, viel Luft nach oben haben. Und dann waren da auch noch Presseberichte und so weiter davor. Und da waren dann Leute, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe, nämlich Schmerzexperten aus der Pflege. Die wurden dann zitiert. Und da habe ich gedacht, toll, guck, da ist es jetzt schon mal angekommen. Oder auch bei irgendwelchen Chancen, die Ärzte, Chefärzte hier schreiben, da wird plötzlich Frau Zegelin mit ihrer Bettlägerigkeit da in irgendeiner Art und Weise erwähnt. Also es kommt schon an, aber es ist nicht systematisch eingeführt bisher. Du hast ja vorhin gesagt, die Grundidee, die du in Witten geäußert hast, dieses Wissen aus der Praxis durch die Wissenschaft zu bearbeiten und dann wieder in die Praxis zu geben, bringt mich auf die Frage, woher du denn deine Themen holst. Also was, wenn du jetzt morgens ins Büro kommst, wonach entscheidest du dann, welches Thema heute wichtig ist oder jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder was ist notwendig zu bearbeiten? Wonach geht das? Ja, erstmal habe ich ja von außen schon klare Vorgaben. Also zum Beispiel eben jeden Monat diese drei Einarbeitungstage. Das ist viel Organisation. Da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich das an die, beispielsweise hier an die Fort- und Weiterbildung abgeben könnte. Ich würde durchaus noch Unterricht auch machen, aber diese ganze Organisation, gut, das mache ich jetzt alles und da gehört wirklich viel dazu, weiß jeder von euch auch. Dann muss ich immer wieder auch mit den Dozenten Kontakt aufnehmen und so weiter. Dann habe ich meine Trainee-Tage auch zwei Tage. Da mache ich ganz viel Unterricht selbst und ich mache ja nicht immer das Gleiche, sondern ich versuche immer wieder das Neueste reinzuholen. Ja, und dann sind eben auch zwischendurch Sitzungen, wo ich dann noch eingeladen bin, Termine, auch Netzwerke. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Ostwestfalen Pflegeentwickler-Netzwerk aufgebaut und beim DBFK Nordwest, bist du ja auch dabei, gibt es ja auch ein Netzwerk. Also da finden ja auch immer regelmäßig Treffen statt. Da müssen Sachen ausgewertet werden. Ich war ganz lange Zeit auch so mit Dokumentationsgeschichten beschäftigt, also immer wieder auch zu kontrollieren. Entschuldigung, wie ist das mit der Schmerzanschätzung? Wird die regelmäßig erfasst? Was wird erfasst? Und so weiter und so fort. Oder dann wieder Verfahrensanweisungen zu überarbeiten. Und ich habe natürlich so ein paar Themen, die mir jetzt auch besonders liegen und mit denen ich mich schon ganz lange beschäftige, ist einmal das Thema Schmerz, ist aber auch das Thema Dekubitusprophylaxe und Mobilitätsförderung. Okay. Und die passen ja auch alle ganz gut zusammen, weil ich zum Beispiel auch immer wieder feststelle, also ich sage jetzt vielleicht noch, was ich vorher mal gemacht habe. Bevor ich jetzt hier hinkam, habe ich in der Forschung gearbeitet, in der Versorgungsforschung sozusagen. Und von 2004 bis 2007 war ich in einem ganz großen bundesweiten Projekt Schmerzfreis Krankenhaus. Da waren ja 25 Kliniken eingeschlossen. Und als das zu Ende war, habe ich dann in Datteln angefangen. Das heißt inzwischen Deutsches Kinderschmerzzentrum. Und da war ich für die Evolution der Palliativfortbildung oder Weiterqualifizierung zuständig. Und interessanterweise ist das ja gemischt. Das sind alle Professionen vertreten. Und da habe ich ja irgendwie auch ganz viel gelernt. Und in diesem großen Projekt Schmerzfreis Krankenhaus ist zum Beispiel eines der wichtigsten Resultate, dass die Hauptverursacher von Schmerzen also Mobilisierung und Lagerung sind. Und ich finde, das sind auch zwei Kernaufgaben in der Pflege. Und wir haben, wenn ich die Leute frage, habt ihr mal einen Kinästhetikkurs gemacht? Dann haben das fast alle gemacht. Aber es ist immer noch so, dass ganz viele nicht den Transfer hinbekommen. Das ist ja ein Konzept. Das ist ja nicht jetzt eine Technik oder sowas. Und wir haben auch Hilfsmittel angeschafft, eine Gleitfolie. Wir haben einen Film dazu. Das sind auch alles so Aufgaben, wo ich dann erstmal die Leute zusammenhole und dann haben wir einen Film gedreht. Und wie diese Gleitfolie genutzt wird und so weiter und so fort. Ja, und da immer wieder auch diese Inhalte auch wieder in Fortbildung einzubringen. Und das sind manchmal so ganz kleine Dinge. Aber ich versuche das immer wieder, diese praktischen Sachen. Und ich übe das auch mit denen. Ich bin auch freiberuflich immer unterwegs. Hier an der Fachhochschule habe ich den ganzen Tag Schmerzmanagement gemacht. Und dann hatten wir sogar einen Demoraum. Und dann habe ich das wieder mit einem elektrischen Bett. Und mit einem elektrischen Bett kann man ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Wusste ich vorher auch nicht so. Und ja, und dann habe ich das mit denen gemacht. Und dann war da eine, die gerade Examen gemacht hatte. Die hat das auch erst ganz toll gemacht. Und dann, sie sollte mich dann wieder, sollte mir helfen beim Umständen. Und dann fasst sie hier wieder in die Achselhöhlen rein. Also, und an solchen Beispielen wird mir immer deutlich, Mensch, Mobilitätsförderung, das ist echt immer noch eine ganz große Baustelle. Und solche Sachen überlege ich mir dann auch, wenn ich da mal im Schreibtisch sitze. Wie können wir das besser hinkriegen? Wie können wir die besser erreichen? Ja. Okay. Es gibt noch viele andere Sachen, aber das … Eigentlich schon sehr, also sehr interessant, also dass du auf der einen Seite irgendwie die Freiheit hast, selber Themen zu wählen, aber dann noch gewisse Dinge irgendwie vorgegeben bekommst, weil sie irgendwie organisatorisch so umgesetzt werden müssen. Ja. Sehr gut. Genau. Vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Als wir jetzt hier auch noch mit mehr Leuten waren und so, da hatten wir ganz viele Aufgaben auch, also Einführung der elektronischen Akte, ganz viel Schulung dazu. Inzwischen macht das Projektmanagement das fast alles, aber wir haben das ganz, ganz, ganz lange auch gemacht. Da fehlt ja ganz kurz das Projektmanagement. Also Projektmanagement ist, da sind auch Pflegekräfte, also akademisierte Pflegekräfte oder was … Ja, diese Trendschärfe ist nicht so richtig gegeben. Also Projektmanagement, der eine Kollege hat auch eine Pflegeausbildung, hat dann auch ein Studium noch drauf gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Management studiert hat oder … Andere haben andere Ausbildung gemacht, andere haben einen Bachelor aus der Pflege. Es gibt aber auch Leute, die haben auch ganz andere IT-Hintergründe und so weiter. Okay, gut, weißt du, ja. Und deshalb sind die jetzt mehr für diese IT-Geschichten. Aber dann jetzt auch die Pflegeplanung da reinzukriegen, ist auch wieder ein Riesenakt. Da hat eine Kollegin ganz viel, die hat aber auch ganz viel Ahnung von diesen Sachen. Aber jetzt haben wir gesagt, nee, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir an unsere originären Aufgaben ran müssen. Und PKMS war auch jahrelang ein ganz großes Thema. Ja, genau. Ich bin froh, dass das mitgegeben wird. Und auch, wir sind auch Ansprechpartner, wenn dann zum Beispiel wieder ein strukturierter Dialog eingefordert wird, weil ein Patient einen Dekubitus dritten oder vierten Grad oder so was entwickelt hat. Da sind die … Strukturierter Dialog im Sinne von einer Fallbesprechung oder … Nee, das ist schon umfangreicher. Ja, also da gibt es ja dieses Aqua … Genau. Aqua … Was heißt das denn immer? Aqua-Institut. Aqua-Institut. Ach so, ja. Und die sammeln ja deutschlandweit diese ganzen Dekubitusbögen und werten die aus, gucken ja, wie sind wir im Vergleich zu allen anderen Krankenhäusern. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann setzen die sich mit einem in Verbindung. Und bis jetzt bin ich immer der Ansprechpartner gewesen für einen bestimmten Bereich hier vom Betel. Und da muss man da rumforschen und Detektiv spielen. Aber da macht man sich ja auch nicht immer unbedingt beliebt so in der Praxis für dich. Also weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt so an meine Zeit in der direkten Patientinversorgung nachdenke und daran, wie so auch die Kolleginnen da teilweise reagiert haben, wenn man gesagt hat, man macht jetzt irgendwie ein duales Studium oder man möchte jetzt noch einen Master machen, dann war das teilweise mit so einem kritischen Blick. Erlebst du das auch? Und wie gehst du, wenn ja, wie gehst du damit um? Das war immer schon auch so, als wir mit dem Studium begonnen haben. Da hatten wir auch mal wieder so eine tolle Aufgabe. Da mussten wir nämlich in unseren eigenen Häusern Mitarbeiter, also Pflegende befragen, was sie denn von Pflegewissenschaft halten. Und da habe ich zum Beispiel auch eine ganz engagierte Kollegin getroffen, die wirklich auch heute ganz tolle Arbeit macht, aber die sagte, Pflege ist eine Handlung und Pflege ist keine Wissenschaft. Und auch, ich habe ja immer noch weiter auf der Intensivstation gearbeitet, da hat selten mal einer nachgefragt, Mensch, was macht der im Studium, dass er so interessiert wird. Die, die gefragt haben, das waren meistens die Ärzte, fand ich auch ein bisschen schade. Und ich fand, nee, ich fand es nicht schade, ich fand es traurig eigentlich. Da habe ich auch so verschiedene Theorien zu, warum das so ist. Also wir wollen ja immer alle gerne gleich sein in der Pflege, jetzt mal ganz platt gesagt. Und auch wenn ich mich zum Beispiel als Angehörige von Patienten geoutet habe und ich dann auch mal schlaue Fragen gestellt habe oder so und dann die mich gefragt haben, manche waren interessiert, aber viele, ja, ich weiß gar nicht, waren nicht begeistert. So, oder haben keine Begeisterung gezeigt, so muss ich es vielleicht ausdrücken. Ja, okay. Also ich habe das, ich habe das nämlich auch so erlebt. Wobei, wenn ich jetzt so mit den Kolleginnen spreche, dann sagen ganz viele, ja, vielleicht hätte ich sowas auch machen sollen, weil sich die Situation jetzt noch mehr verändert hat. Und, ja, genau, aber so ähnlich habe ich das, habe ich das auch wahrgenommen. Das ist, aber es ist auch so und so, das ist sehr unterschiedlich und, ja. Also ich möchte auch dazu sagen, das war ja so während der Ausbildung, also während des Studiums, so. Und als ich jetzt hierhin kam, in dieser neuen Rolle sozusagen, da habe ich ja auch ganz eng erst mal mit den pflegerischen Leitungen hier aus Gilead, aus dem Einkrankenhaus jedenfalls, gearbeitet. Und da haben wir uns ganz regelmäßig getroffen und das war schon eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit. Und die haben mich oft auch angesprochen, wenn Probleme waren, kannst du nicht mehr zu einer Teamsitzung kommen und kannst nicht noch mal erklären, wie das da bei der Pflege, was da jetzt neu ist oder so. Also da war schon sehr viel, ja, Wertschätzung, würde ich wohl schon so sagen. Und jetzt hat sich eben wieder vieles geändert, weil wir da neue Strukturen haben. Da muss ich das jetzt erst mal so ein bisschen einpennen. Und eben dadurch, mit so wenigen Leuten kann man natürlich auch nicht sehr präsent sein. Was denkst du, also was wären so Benefits für Krankenhäuser, also wenn die noch keine Stabstelle haben oder so mit dem Gedankenspielen irgendwie, Pflegeentwicklung, irgendwie ist das immer ein Thema bei uns, aber wir kriegen das nicht so richtig irgendwie auf die Kette. Also was wären so Argumente dafür zu sagen, so jetzt führt das aber doch ein. Also das wäre positiv, wenn du das machen würdest. Vielleicht auch der Geschäftsführung gegenüber. Der Geschäftsführung gegenüber, genau. Naja, also da kann man ja schon mal darauf verweisen, auf die Studien. Und erst mal bezieht es sich ja auf Einstellung von akademischem, ausgebildeten Personal. Und Pflegeentwicklung ist ja dann Teil davon und dass eben durch die Pflegeentwicklung noch mal neueste Erkenntnisse in die Klinik einfließen können. Diese Erkenntnisse werden in Verfahrensanweisungen oder in Konzepte umgewandelt, an die Patienten gebracht. Also die Patienten erfahren, hoffentlich dann einfach eine Verbesserung. Ich glaube auch so, dass die Blickweise sich dann auch noch mal verändern kann. Also ich finde, das war bei meiner Bachelorarbeit, da habe ich eben über Gespräche in Krankenhäusern zwischen Pflege und Patienten gesprochen. Und da gab es ja auch Pflegeanamnese-Gespräche und so weiter und so fort. Und es war aber in ganz vielen Artikeln so Konsens, dass die Informationen, die man sammelt, eigentlich gar nicht weiter genutzt werden, sondern dass die Pflegeanamnese eher, dass die muss gemacht werden, aber die ist nicht ein wichtiges Instrument, um jetzt erst mal eine individualisierte Pflegeplanung zu machen. Auch eine Basis ja im Grunde auch um Vertrauensherstellung und so weiter und so fort. Und sowas könnte eine Pflegeentwicklerin zum Beispiel auch, glaube ich, noch mal deutlich nach vorne bringen. Aber auch ganz viele andere Sachen. Also die Expertenstandards habe ich vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, dass das ein richtig großer qualitativer Sprung war, so in den letzten 20 Jahren oder doch seit 2000 sind die ja eingeführt. Der erste war ja Dekubitusprophylaxe. Und da hat sich einfach auch ganz viel getan. Und immer wieder auch nach fünf Jahren die Überarbeitung, das wieder neues Wissen. Also ich weiß nicht, Dekubitusprophylaxe sind wir angefangen mit diesen ganzen Skalen. Dann hieß es plötzlich, bei der Erneuerung braucht man gar nicht, weil die Pflegeexpertise höher eingeschätzt wird als so eine Braden-Skala. Und dann hat es sich vielleicht wieder ein bisschen verändert. Ja, und damit könnte gewährleistet sein, dass eben über die Pflegeentwicklung dieses neue Wissen in die Klinik reinkommt. Und damit eben die Patientengesundheit vielleicht sogar unterstützt wird, die Patientenzufriedenheit. Und das war auch nochmal ein neulicher Punkt, den sogar eine Ärztin mal angesprochen hat, ob man sich auch vorstellen kann, dass wenn man das nach außen eben publik macht, dass wir hier eine Pflegeentwicklung haben, ob man darüber auch vielleicht wieder mehr neue Leute bekommen kann. Denn dieses, der Pflegepersonenmangel ist ja einfach unbegreiflich. Was heißt unbegreiflich? Der ist einfach da und es wird auch nicht in nächster Zeit, glaube ich, besser. Und das könnte ein Merkmal sein, um sich eben für ein Haus mit einer Pflegeentwicklung zu entscheiden. Ja, das habe ich nämlich, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du das einschätzt, welchen Einfluss das darauf hat. Weil, also ich mache ein bisschen Lehre bei Pflegedualstudierenden. Und wenn wir dann so darüber sprechen, was so die Zukunft bedeutet, was die sich so vorstellen, sagen halt auch einige, wenn sie jetzt mal nach Stellenangeboten gucken oder irgendwie, dann achten die schon drauf, ob auf der Homepage oder ob es da in dem Haus solche Sachen gibt. Also so Pflegeentwicklung oder ähnliches. Weil das eventuell für Personen, die eben einen Bachelor haben, ein Indikator dafür sein kann, wie die Einstellung des Hauses in Bezug auf die Akademisierung der Pflege im Allgemeinen sein könnte. So und deswegen achten die da schon drauf. Also das bestätigst du dann oder die Annahme. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen aus Rückmeldung. Wir machen immer viel Evolution, auch wenn wir zum Beispiel Anarbeitungstage machen. Früher haben wir das ganz akribisch gemacht, ganz ausführlich. Wir haben dann gemerkt, das kommt gut an, das hat einen großen Benefit auch. Und deshalb machen wir es jetzt eher, dass wir fragen, was nehmt ihr mit aus den … Und von jedem Tag müssen wir es aufschreiben. Und sie müssen es aufschreiben, weil das kennt ja jeder, ne? Wir machen eine Feedback-Runde. Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich wissen, wie jeder Einzelne das empfindet, was für ihn gut war, was er nutzen kann. Ja, und jetzt müssen wir uns kurz überlegen. Ach so, und dann sagen uns aber auch viele, dass sie das aus anderen Häusern eben so nicht kennen, mit jetzt drei Tagen. Und das ist ja auch bekannt, der erste Eindruck ist ja oft schon so wichtig. Und Traummarkt wäre es natürlich, wenn man jedes Mal, also die fangen manchmal im April an und dann können die auch gleich die ersten drei Tage im April dahin kommen. Das haut aber personalmäßig nicht hin. Und wir müssen auch mindestens acht Leute haben, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Und das sind eben, wie gesagt, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und dann sagen eben die neuen Kollegen auch, Mensch, und dass sich die hier auch vorgestellt haben, dass sie uns alle auch gesagt haben, wir können da anrufen, wenn wir Probleme haben. Und das macht schon ein gutes Gefühl. Obwohl hier natürlich auch großer Pflegemangel ist. Aber das, und das hat die Pflegeentwicklung angeleiert und immer wieder auch erweitert und so weiter. Also da denke ich, da haben wir schon einen großen Anteil auch. Nur insgesamt glaube ich eben auch, dass nur eine Pflegeentwicklung, die kann, die kann es schon eine ganze Menge erreichen, aber eigentlich muss sie eingebunden sein in so ein ganzes Gebäude. Wir haben das auch mal genannt, Gebäude der Pflege oder so ähnlich. Also dass man guckt und das wirklich systematisch guckt. Was macht jemand, der eine dreijährige Ausbildung gemacht hat, der jetzt frisch Examen gemacht, was hat der für Möglichkeiten? Der muss erst mal Sicherheit gewinnen. Der muss auch, wir haben auch Einarbeitungskonzepte, sind glaube ich auch wirklich richtig gut. Dass man auch auf dem Dienstplan erkennen kann, wer ist jetzt an dem Tag auch für den neuen Mitarbeiter ansprechbar. Das kann nicht immer der Gleiche sein, das haut einfach nicht hin. Und jeder von uns weiß vielleicht noch, wie das für uns war, wenn wir auf eine neue Station kamen als Aus- oder als neue Mitarbeiter, wer nimmt sie denn mit? Und dann alle zum Boden gucken. Also sowas muss systematisch sein. Aber dann geht es weiter. Ich möchte, das sagen jetzt auch schon zum Beispiel Trainees, ja, ich möchte vielleicht gerne Wundexperte werden und so. Also die haben auch schon den Wunsch, weiterzukommen. Und dann muss man dann wieder gucken, passt das für die Station? Es nutzt ja auch nichts, wenn ich da fünf Wundexperten rumlaufen habe. Das ist auch, finde ich, zu teuer. Also es muss ja auch für beide Seiten Nutzen bringen. Und dann wieder zu gucken, was kann man weitermachen. Und ja, und auch Bachelor-Studierende eben, da muss man auch mal das Tarifsystem auch ein bisschen angucken. Im öffentlichen Dienst ist es so, wenn die Bachelor studieren, so habe ich das jedenfalls gehört, wenn die, die sollen ja am Patienten auch arbeiten, aber wenn sie jetzt noch eine Zusatzaufgabe übernehmen, dann können sie auch etwas höher eingruppiert werden. Im kirchlichen Rahmen ist das, glaube ich, ist das im Moment wohl noch nicht möglich. Da muss man vielleicht auch verhandeln. Und da, finde ich, müssten die Häuser auch interessierter, Mensch, ich stecke ja auch viel Geld da rein, dass Leute, also das sind ja, ist ja nicht nur, dass vielleicht Studiengebühren anfallen, aber es ist ja auch, dass der Dienstplan entsprechend gemacht sein muss, wenn das berufsbegleitend ist und so weiter. Und da muss ja auch was zurückkommen. Das systematisch in ein Ganzes reinzupacken, das würde ich mir richtig wünschen. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber es gibt einige Einrichtungen, glaube ich, die da auf einem guten Weg sind. Und das, was wir, glaube ich, haben wir vorhin schon mal gesagt mit der Pädagogik? Ja, genau, Pädagogik hatten wir, das hatte ich, glaube ich, als Frage auch noch irgendwie überlegt, also wie du so diesen Stellenwert, also jetzt gerade irgendwie mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung, da nimmt natürlich irgendwie so Vernetzung von Lernortpraxis und Schule natürlich einen enorm großen Anteil irgendwie ein. Und ich habe das Gefühl, dass viele Pflegeentwicklungsstellen sich dahin irgendwie entwickeln. Also dass man sagt, konkrete Inhalte sind irgendwie Begleitung von Auszubildenden, Konzepte überlegen, Praxisanleitungen, Schulen darf Fortbildungen auch geben. Aber da würde mich mal interessieren, wie deine Haltung also völlig losgelöst von deiner Tätigkeit dazu ist. Also weil ich sehe das sehr kritisch, weil das eher so pädagogische Themen sind. und vieles, was irgendwie Pflegewissenschaft ausmacht oder Theorie Praxisentwicklung dann ausbleibt. Also ich kann mal kurz was zu sagen. Ich war im November 2019 auf einem bei einer Tagung in Berlin bei der Charité und da hatten Sie Frau Prof. Dr. Spierig von der Universität Basel. Und die war wohl früher, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig erinnere, war die Pflegedirektorin am Uniklinik, in Zürich. Und die hat uns dann berichtet, dass sie eben, sie haben seit längerer Zeit da eben schon so dieses Konzept gehabt, sie brauchen eine Leitung, also Manager. Ich weiß noch nicht, ob es Station oder Abteilung war. Manager, sie brauchen einen Pflegeentwickler und sie brauchen einen Pädagogen. Und sie schreibt, Keynote better together, Praxis, Führung, Wissenschaft gemeinsam auf dem Weg. Und das hat mich total fasziniert. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt uns einen Expertenstandard angucken, Schmerzmanagement, der ist ja wirklich eine dicke Schwarte auch. Das kann ich ja keinem neuen, oder keinem, nicht neuen, sondern keinem Mitarbeiter irgendwie geben und sagen, jetzt lies das mal durch, arbeite das durch und so. So und wir brauchen einfach auch Pädagogen, die das Wissen eben auch wieder anwenderfreundlich auch zusammenpacken. So und das Gleiche habe ich schon während des Studiums, als ich mal in Utrecht war. Das ist ja schon wirklich jetzt lange her. Und da hatten die das zum Beispiel auch in dem Universitätsklinikum Utrecht, in der neurologischen Klinik auch schon genau dieses Konzept. Also wobei, das, nein, stimmt nicht, da muss ich mich korrigieren. Die hatten zumindest einen Pflegewissenschaftler und einen Manager. Pädagogen hat die noch nicht. Aber hier in unmittelbarer Nähe ist jetzt ein Krankenhaus, die das jetzt auch anfangen zu tun. Weil die es auch erkannt haben, dass eben diese pädagogischen Fähigkeiten unbedingt mit da reingehören. Und jetzt gerade, denke ich mal, auch noch nach Corona-Zeiten, wo die Leute nochmal eine besondere Motivation auch vielleicht brauchen, um sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, ist es nochmal, nochmal wichtiger. Aber ich, und ich glaube, ich komme aus der Lehrerfamilie, ne? Mein Vater wollte immer auch, dass ich Lehrerin werde. Aber von daher habe ich da immer auch ein gewisses Interesse dran. Aber das ist schon echt viel Arbeit, sich immer wieder, da auch wieder neue Dinge auszudenken. Was könnte denn Freude machen? Auch vielleicht mit irgendwelchen spielerischen Elementen. Und ich bin da kein Profi. Also ich denke, da brauchen wir wirklich auch Leute. Und gerade auch jetzt, was du nochmal eben angesprochen hast, dann auch die Ausbildung. So, das ist nochmal, ja, das sind ja auch nochmal ganz andere Generationen, die auch nochmal andere Lernbedürfnisse haben. Und mit der Generalistik, da denke ich viel drüber nach. Und da denke ich nicht, dass Pflegeentwicklung das managen kann. Aber was wir machen können, ist Ideen mit auf den Weg zu geben. Also dass wir mit da bereit sind, Konzepte zu entwickeln. Und die müssen wir entwickeln. Das ist nämlich ähnlich wie diese Trainees, die wir jetzt haben. Das sind ganz viele Leute, die jetzt aus der Altenpflege ins Krankenhaus kommen wollen. Und die bringen ganz viel mit. Die haben nochmal, finde ich, ein anderes Pflegeverständnis auch und auch Menschenverständnis, so kommt es mir manchmal vor. Aber denen fehlen natürlich viele praktische Kompetenzen. Und die müssen jetzt erstmal erwerben. Versuchen wir aber auch, denen beizubringen. Aber das wird jetzt bei den Leuten, die mit der generalistischen Ausbildung abschließen, nochmal eine große Herausforderung. Ja, ich fand da deinen Gedanken, den du davor einmal geäußert hast. Also dass du sagst, du verstehst auch Pflegeentwicklung so ein bisschen so als ein Haus in der Pflege, wo du dir auch verschiedene Konzepte irgendwie überlegen musst. Sodass du einmal vielleicht die Jungen, die direkt in die Pflege wechseln abholst, aber dir auch Gedanken machst, wie kannst du irgendwie erfahrene Pflegekräfte auch mit einbinden, vielleicht mit Studium oder so. Also dass das auch nochmal einen extrem wichtigen Stellenwert so einnimmt. Wenn ich jetzt, also vor ein paar Jahren war, oder vor einigen Jahren, war ich auch irgendwann mal fertig mit meinem dualen, Pflege-Dualstudiengang. Wo hättest du mich dort verortet? Oder wo siehst du generell die Bachelorstudierenden? Sind das diejenigen, die dann auch dieses Trainee-Programm erfahren, wovon du gerade gesprochen hast? Nee. Das würde ich jetzt erstmal nicht, nehmen wir schon mal vier Jahre auf dem Buckel, ne? Oder sind es sogar noch? Nee, vier, ja. Vier sind es. Also zumindest da habe ich das gemacht. Da würde ich jetzt erstmal sagen, weil die auch sehr viel Theorie sich auch einverleibt haben, da würde ich jetzt erstmal sagen, da kommt es mal auf Praxiserfahrung an. Und dass sie also erstmal in einem bestimmten Bereich tätig werden. Und das ist ja so, dass die Einsätze doch total kürzer, viel kürzer geworden sind, als wir das von früher kennen, ne? Nein? Also die Einzelnen der Stunden. Früher, ich bin jetzt eine andere Generation. Also ich war monatelang, das war manchmal total nervig. Ja, ja, die sind kürzer. Aber ich fand es trotzdem, glaube ich, haben wir ganz viel Routinen bekommen. Und das finde ich müsste jetzt erstmal, das wäre für mich der erste Schritt. Und da kann ich nochmal kurz erzählen aus, ich habe ein Praktikum in Turku gemacht, in Finnland während des Studiums. Und da mussten ja alle schon auf eine Fachhochschule, um die Pflegeausbildung zu machen, haben Bachelor abgeschlossen. Aber die Professorin, die mich da mitgenommen hat, die sagt eben auch, ja, die haben zwar alle jetzt viel theoretisches Wissen, aber die Umsetzung, das gelingt einigen auch noch nicht. Also es kann ja auch noch gar nicht so gelingen. Das heißt, die brauchen erstmal ganz viel Übung auch und Unterstützung. Also da müsste man dann auf den Stationen gucken, wie man die vielleicht noch besonders anleitet. Und dann, wenn sie Sicherheit haben, ja, dann würde ich mir wünschen, dass sie dann eben auch sich irgendwie spezialisieren. Okay, weil einige Häuser, das ist halt, das ist auch schon wieder so typisch in der Pflege, dass alle Begriffe irgendwie anders genutzt werden und so weiter, weil ich kenne viele Häuser, die akademisierte Pflegekräfte mit einem Bachelorstudiengang dann einstellen und die durchlaufen dann ein Trainee-Programm. Deswegen habe ich gerade die Assoziation gehabt, dass das dann ähnlich ist. Genau, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen wieder von Trainee-Programmen. Ja, genau. Ich glaube, bei euch ist Trainee so, also du machst die Ausbildung und lernst dann einfach verschiedene Stationen kennen, so, ne, um irgendwie Einblicke zu erhalten. Aber du kannst ja auch ein Trainee-Programm machen, um irgendwie nochmal verschiedene Skills irgendwie zu lernen, so, oder, ich weiß nicht, Finanzcontrolling-Abteilungen mal kennenzulernen oder so, also um irgendwie einen anderen Einblick zu kriegen. Und ich glaube, das ist das Problem bei Pflegeentwicklung auch, dass wir irgendwie so mit den Begrifflichkeiten sehr schwammig irgendwie unterwegs sind. Also es gibt zum Beispiel Trainee-Programme auch, ich glaube auch hier in Nordrhein-Westfalen, wenn Leute Pflegemanagement studiert haben. Aber da hast du ja, du hast ja dann normalerweise, du hast ja eine Grundausbildung schon, ne, wenn du Pflegemanagement studierst. So, und dann, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen denjenigen da hingeschickt hat, hat gesagt, Mensch, mach das, du sollst dann nachher hier vielleicht auch eine Leitungsposition einnehmen, dann ist eben oft so ein Trainee, dass die Leute, so wie du es gerade gesagt hast, in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, vielleicht auch, ja, Kontroll-Controlling, Medizin-Controlling kennenlernen und so weiter und so fort, damit sie nochmal wissen, welche Abteilungen sind alle jetzt auch wichtig, auch für mich, für meine Kenntnisse und das, was jetzt, wo ich auch ein Auge drauf haben muss. Aber unser Trainee-Programm ist eben für neue, wir versuchen das auch als Werbemöglichkeit zu sehen, wir haben also ein Trainee-Programm für die Psychiatrie, für die Kinderklinik und ich bin für die Somatik zuständig. Und in die Somatik, Erwachsenen-Bereich, wollen jetzt eben viele Leute aus der Altenpflege und die brauchen nochmal zusätzlich. Jetzt schließt sich der Kreis in meinem Kopf. Und ein anderer Vorteil noch bei diesem Trainee-Programm, dass es natürlich immer wieder Stationen gibt, wo alle hinwollen und andere kriegen gar keinen ab. Und deshalb war eine Idee auch von diesem Trainee-Programm, dass die Leute eben zwei Monate hier, zwei Monate da, also vier Stationen kennenlernen und es hat sich wirklich schon auch herausgestellt, eine Station, wo normalerweise erst mal nicht so viele sich darauf beworben hätten, dass die, die jetzt kennengelernt haben und was ist entscheidend für eine Entscheidung, also für so eine, wo ich hin möchte, das ist nämlich nicht unbedingt der Fachbereich, das Team. Nicht unbedingt die Pflegedirektion oder die Stationsleitung, sondern ganz genau, was du gesagt hast, das Team. Und so kam es eben auch, dass manche sich eben auch schon in Bereichen jetzt dann für eine feste Stelle beworben haben, wo sie vielleicht vorher nie einen Gedankenraum verschwendet haben. Aber nochmal, das ist doch nochmal schön, was du jetzt gerade gesagt hast, diese unterschiedlichen Definitionen oder sowas. Ich habe euch ja eben im Vorfeld schon gesagt, ich habe jetzt mal geguckt, allein was die Universitätskliniken in Deutschland, was die alles so für Möglichkeiten haben. Also die haben Pflege, entworbe ich den Zettel, habe ich den ja irgendwo hingetragen, Pflegewissenschaft, ach so, hier haben wir es. Ich sage mal, Stabstelle Projektmanagement und Pflegeentwicklung, Stabstelle Pflegeentwicklung der Pflegedirektion, Pflegeberatung, Plakrisisanleiterin, Leitung, Stabstelle Pflegewissenschaft, Stabstelle klinische Pflegeforschung, Qualitätsmanagement, Pflegedirektion, Stabstelle Pflegewissenschaft und Praxisentwicklung und so weiter und so fort. Das sind jetzt nur die Unikliniken. Das heißt, auch da gibt es keine einheitliche Namensgebung, aber vielleicht sind es auch unterschiedliche Bereiche, in denen die Leute tätig werden. Und ich weiß, dass zum Beispiel in Münster, da gibt es eben eine Pflege, eine Stelle Pflegewissenschaft und dann noch mehrere Leute, glaube ich, die in der Pflegeentwicklung arbeiten. Das wäre wieder das Haus. In der Schweiz heißt das schon lange Praxisentwicklung. Und ich finde, wenn man den Begriff Praxisentwicklung jetzt nehmen möchte, dann sollte man sagen, Praxisentwicklung Pflege. Also Praxisentwicklung gibt es auch vielleicht beim Tiefbau oder beim Hochbau oder sowas. Und du hattest ja auch irgendwie nochmal irgendwie gemeint, ja, ist das ein Übersetzungsfehler, aber auch im Amerikanischen oder Englischen gibt es auch unterschiedliche. Genau, also das vielleicht nochmal so, also wie das entstanden ist. Also wir haben uns im Vorfeld schon mal Gedanken dazu gemacht, weil wir über Frau Ziegling irgendwie bei einem Alumni-Treffen was so Pflegeentwicklungen erarbeitet haben. Und dann kam halt wirklich der Gedanke, also was ist eigentlich Pflegeentwicklung? Also im Prinzip macht man ja Praxisentwicklung so und du machst Wissensentwicklung, Wissenstransfer. Also ist es einfach ein Übersetzungsfehler, dass man irgendwie von Pflegeentwicklung spricht, weil man meint das gleiche irgendwie. Also das war, oder ist so dieser Gedanke eigentlich daran gewesen? Aber... Ich glaube aber nicht, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Also das eine hieß Practice Development in Nursing. Das ist, auf den sich ja viele beziehen von 2009, der Cormac. Und dann gibt es aber auch den Begriff Nursing Professional Development. Das gibt es jetzt eher so von einer Veröffentlichung von 2021. Und ich, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist, dass ich denke, das ist vielleicht einfach eine Weiterentwicklung des Begriffs. Zum Beispiel hieß es früher Theorie-Praxis-Vernetzung. Als wir in Witten starteten, weil sie ja sehr viel Wert auf die Praxis gelegt haben, hieß es dann Praxis-Theorie-Vernetzung. Dann hieß es irgendwann Wissenstransfer und dann hieß es Wissenszirkulation. Und was ich eben gut finde, und das ist mir gerade so in den letzten Tagen auch nochmal aufgefallen, dass es so wichtig ist, du hast vorhin nach der Akzeptanz ja auch gefragt. Und ich glaube, wenn wir auch in vielen Dingen, die wir tun, so dieses Beide sehen, also was sagt die Pflegepraxis dazu, was sagen wir aus Pflegewissenschaft oder Pflegeforschung und dass man das gemeinsam erarbeitet dann und auch akzeptiert. Also ich meine, dass jemand, der jetzt acht Stunden da rumläuft und ja alles gibt für die Patienten und völlig erschöpft ist, dass der vielleicht dann keine Lust mehr hat, abends sich nur aufs Sofa zu setzen und irgendwelche schweren pflegetheoretischen Dinge oder so zu bedenken, kann man ja gut nachvollziehen. Also ich finde, dass wir einfach voneinander profitieren und dass wir uns auch gegenseitig wertschätzen müssen. Und das finde ich, ist die Basis dafür. Und ich hatte neulich auch nochmal ein tolles Erlebnis. Ich hatte eine Arbeitsgruppe zum Thema Schmerzexperten und ich habe zwei, die ich leite, mache Pflegeentwicklung übrigens auch noch, einmal im Kinderbereich und einmal im Erwachsenenbereich. Und im Kinderbereich, die haben sich nochmal gewünscht, dass wir das nochmal anders strukturieren. Also wir treffen uns auch nur einmal im Quartal und die wollen ordentlich Input haben und ich möchte aber, dass sie Fallbeispiele mitbringen. Also dass ich die nicht anschneppe, sondern dass sie und damit man das gemeinsam diskutiert. So und jetzt beim letzten Mal hat es dann geklappt, dass eine Oberärztin von der Neonatologie gekommen ist und uns das Schmerzkonzept von dieser Station mit den Frühchen vorgestellt hat. Welche Schmerzmedikamente. Und sie hat dann aber auch die ganzen anderen, die nicht medikamentösen Maßnahmen gemacht. Und das war, das war richtig toll, weil sie dann nochmal gesagt hat, ja die Pflegenden, die machen ganz viel, damit überhaupt gar keine Schmerzen entstehen bei den Frühgeborenen. Und die haben so tolle Erfolge mit diesen verschiedenen Sachen, dass sie meinte, dass man deshalb eben Patienten auch nicht mehr so früh intubieren muss. diese ganz kleinen. Als sie angefangen hat, vor 20, 30 Jahren, eben auch in diesem Intensivbereich, da hätte man jedes Kind unter 30, 30 der Woche irgendwie intubiert und beatmet und so. Und also sie war wirklich voller Wertschätzung für die Pflegenden und sie hat dann sogar den Wunsch geäußert, dass sie, wenn das möglich wäre, auch bei den nächsten Sitzungen, die noch statt mit dabei ist. Und dann dachte ich, boah, soll. Das ist, und das habe ich in Datteln zum Beispiel auch so festgestellt, so, da ist eine ganz dolle interprofessionelle Zusammenarbeit, interdisziplinär, was ja Studierte sind. Und davon profitieren einfach die Seiten so. Und ich glaube, wenn hier auch noch mehr Ärzte auch wüssten, es gibt hier eine Pflegeentwicklung, die auch wirklich was reißen kann, das würde, glaube ich, auch noch mal zu einer, wie soll ich das sagen, also, dass ich das noch fester etablieren kann hier. Und dass es eine anerkannte Geschichte auch ist, dass es nicht nur Qualitätsmanagement gibt, sondern dass es auch Pflegeentwicklung gibt. Und das vielleicht auch noch, mich hat neulich mal ein Arzt angerufen, ja, er kriegt jetzt immer so viele Patienten in der Endoskopie mit Sonnen, Peck, also mit Pecksonnen, die verstopft sind oder die kaputt sind und so. Und das ist ja wirklich schon eine ziemlich dramatische Sache da manchmal. Und der hat sich richtig geärgert, weil die immer diesen Anleitungszettel mitkriegen und das dann nicht richtig gespült wird und so. Und dann habe ich gedacht, sagt er am Telefon, jetzt haben wir schon so eine Fachfrau hier im Hause und dann muss die da sich, muss ich die jetzt erst mal anrufen. Und dann habe ich mich wieder mit anderen Leuten, Ernährungsberatung, mit der Vertreterin von dieser Firma zusammengesetzt und schwuppdiwupp haben wir da wirklich drei Lösungen geschaffen. Einmal, dass sie so einen Ordner kriegten. Also diese Firma hat ganz tolle Anleitungen mit ganz vielen Fotos. Normalerweise soll ja immer alles jetzt online sein, aber das ist wirklich toll, wenn man es auch in der Hand liegen hat. Dann haben wir Fortbildung organisiert, jetzt drei und vielleicht machen wir auch nochmal eine Online-Fortbildung dazu. Und das war wirklich ein gutes Beispiel. Ja, das ist interdisziplinär in diesem Sinne. Also ich achte mal auf interprofessionell und interdisziplinär, aber jetzt haben wir zwei Disziplinen, Pflegeentwicklung und Arzt, da zusammengearbeitet und eben dann auch noch eine Leitung von einer Station, dann die Ernährungsberaterin und diese Firma und das ist ruckizuckig hat man das. Eigentlich wäre es ja auch schön gewesen, wenn der Arzt dann noch weiter in diesem Prozess auch noch mit drin gewesen wäre oder hat er da Ich habe ihn informiert immer wieder über die neuesten positiven Entwicklungen. Nein, aber das war gut und sowas wünsche ich mir eigentlich mehr. Ja. Gut, aber es zeigt ja nochmal, dass du so als Pflegeentwickler auch nochmal so eine Art vernetzende Rolle auch mit einnimmst. Also könnte sicherlich auch Angehörige da auch nochmal irgendwie mit einbeziehen dann oder Langzeitversorgung. Genau. Schön. Susanne, was würdest du denn sagen, welche Qualifikation muss man mitbringen, um als Pflegeentwicklerin zu tätig zu sein? Also ich habe eigentlich den Anspruch, dass jemand, der in der Pflegeentwicklung arbeitet, einen akademischen Abschluss und einen Masterabschluss haben sollte. Genauso wie ich den auch hätte an APNs. Oder, dass sie sich auf den Weg machen. Vielleicht Bachelor und dann so. Aber das sind vielleicht auch ein bisschen Träume. Nur ich finde für jemand, der, also wenn es jetzt nur ein oder zwei Personen in der Pflegeentwicklung gibt, dann sollten die einen Master haben, weil sie ja nicht nur Forschungsartikel lesen sollen. Also unser Wittnerwert war ja immer, dass man eine Literaturarbeit abgehen sollte, als Bachelorarbeit. Und dass man erst im Masterstudium eben auch lernt, wie baut man eine Studie auf und so weiter, wie macht man Überprüfungen. Aber das finde ich, sollte man auch wissen. Wie kann ich einen Fragebogen gestalten? Woran kann ich Ergebnisse auch abmessen? Vielleicht Kenngrößen? Ich mache das jetzt gar nicht so. Würde ich viel, würde ich total gerne machen, weil ich damit ja nochmal auch die Wichtigkeit unserer Arbeit auch untermauern könnte. Und also deshalb sollte jemand auch so Kenntnisse in Statistika haben und so. Also deshalb Masterabschluss wäre schon gut, wenn natürlich auch toll, wenn jemand promoviert ist. Aber das ist wahrscheinlich noch eine Seltenheit, vor allem in eurem Ost-Westfalen-Netzwerk, oder? Ja, nee, aber wer weiß, was da noch so kommt. Ja, zum Beispiel Professor Evers, eine der ersten Professoren in Witten, der kam, war ja Niederländer, hat in Löwen gearbeitet als Professor und hat aber, ich weiß jetzt nicht, einmal in der Woche oder einmal im Monat, ich glaube sogar einmal in der Woche, der war Schmerzexperte, hat dann praktisch gearbeitet in der Klinik, das fand ich toll. Also einfach um den Bezug auch immer noch zu haben und auch die Expertise dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Ich meine, Arzt, der Professor ist, der arbeitet auch an Patienten. Ja. Wir hatten am Anfang immer schon mal oder das anklingen lassen, was Pflegeentwicklung macht, was es auch auszeichnet und was auch dazu beitragen kann, dass es gut gelingt. Aber vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, woran kann man Pflegeentwicklung eigentlich abschließend also messen? Also ist es einfach die Zufriedenheit der Mitarbeiter und oder also wie kann man das nochmal mehr sichtbar machen vielleicht? Meinst du jetzt die Erfolge da? Genau. So, also weil wenn du so als Beispiel du versorgst einen Patienten und du weißt genau, gut, am Ende sind seine Schmerzen gelindert oder er wird entlassen, die Wunde ist verheilt. So, also dann hast du ja wirklich was auch in der Hand. Aber so wie du das auch berichtet hast, was Pflegeentwicklung ausmacht, ist es sehr, du bewegst dich in verschiedenen anderen Arbeitskreisen, das ist einfach nicht messbar so. Also würdest du das auch so beurteilen? Also ich habe ja vorhin schon mal von dieser Betten-Geschichte erzählt. Da wurde ich beauftragt, mich eben erstmal darum zu kümmern. Das war ein Auftrag von ein paar Millionen Euro. Das finde ich ist schon eine ganz schöne Hausnummer. und wir haben jetzt demnächst den Standort Gilead 1 und Johannesstift vollkommen ausgewechselt, also dass wir überall elektrische Betten haben. So, das war ein Entschluss der Geschäftsführung. Es haben viele Leute daran mitgearbeitet, aber ich würde sagen, dass ich aus der Pflegeentwicklung mit die treibende Kraft war. Immer auch diese ganzen Überprüfungen zu machen und so weiter. Diese ganzen Schulungen, also daran kannst du zum Beispiel mal was messen. Oder 2013 habe ich auch doch wesentlich mit dazu beigetragen, dass wir eben während früher immer so Schaumstoffmatratzen in den Betten 13 Zentimeter und viele Patienten haben sich beschwert. Also dass ihnen das zu hart war und ist ja klar, wenn ich da wochenlang drin liege und dann habe ich zusammen in der Station und im Einkauf, also ich mache das ja nicht alleine und ich möchte mich jetzt auch nicht hier irgendwie so herausstellen. Aber ich bin da eben beauftragt worden und dann sind bei mir sozusagen die Fäden zusammengelaufen und dann haben wir wieder verschiedene Matratzen getestet und wir haben seitdem viskoelastische Matratzen. Das heißt, wir betreiben die Kubitusprophylaxe von der Aufnahme des Patienten bis zur Entlassung bei erwachsenen Leuten. Finde ich es auch. Positionierungshilfen hatten wir auch, ja dann wurden oft so Bettdecken gerollt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir wirklich richtig tolle Positionierungshilfen, die auch wieder getestet wurden, immer auch mit den Kollegen. Dann zum Beispiel hatte die Firma gesagt, die Patienten sollen kein, also es sollte kein Textilbezug darüber sein, sondern die sollten direkt darauf liegen. Wir haben das im Sommer getestet. Genau. Oh Gott, die Patienten schwitzen, wenn man die einriebt mit irgendwelchen ölhaltigen Sachen, viele Flecken. Ja, und obwohl die Firma das immer noch gerne, aber da entsteht ja auch gar kein Dekubitus. Also die Denke ist auch eigentlich nicht richtig. Also wenn ich zum Beispiel so eine Bettschlange im Rücken habe, da ist ja gar kein Druck. Das ist deren Begründung, dass dann dann Dekubitus … Nein, die haben die Sorge, dass dann wieder eine Faltenbildung entstehen kann und dadurch diese Dekubitus-Befahr wieder zunimmt. Naja, die haben jedenfalls hier extra schöne Bezüge genäht, haben wir auch organisiert, hat auch länger gedauert, aber haben wir jetzt … Also das sind so strukturelle Sachen, die die Pflegeentwicklung mit auf den Weg gewartet. Dann haben wir, habe ich vorhin schon mal elektronische Akte, haben wir ganz viel so beigetragen. Und als wir noch mit mehr Leuten waren und als die Standorte vielleicht auch noch ein bisschen nicht so eng zusammen … Also wir waren vorher nicht zusammen in einem Büro, das ist jetzt erst in den letzten Jahren so gekommen, da haben eben die Kollegen zum Beispiel um Johannesstift, die haben ganz viel auch mit den Leuten auf Stationen gearbeitet und dort eben zur Qualitätsverbesserung mit beigetragen. Ganz viele wie Prozesse vielleicht besser organisiert. Das sind auch wieder Management-Geschichten auch, aber ja, das gehörte eben alles mit dazu. Also das war dann schon, dass die Stationen sehr direkt davon auch profitiert haben. Aber ich fand es jetzt nochmal interessant, dass das so die Antwort auf die Frage war, weil jetzt hat man noch ganz viele Beispiele gehört. Das war gut, ja. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft? Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Einrichtung einer Stabstelle Pflegeentwicklung, dass das nicht die Privatsache eines Krankenhauses ist. Und das meine ich jetzt gar nicht hier auf mich bezogen, sondern ganz allgemein. Auch ich bin ja mit vielen Kollegen im Kontakt. Und das ist eben, ich meine, so ein Aufbau von so einer Abteilung dauert ja auch ganz schön lange. Bis akzeptiert wird das, hast du ja vorhin auch ein ganz gutes Beispiel und so gesagt. Und das muss dann auch so ein bisschen stärker auch verankert sein. So, dass nicht eben je nach Gusto, das wechselt ja auch häufig über Geschäftsführung oder Pflegedirektion, kennen wir viele Beispiele auch von unseren Mitstudenten. Also, dass das eben keine Privatsache ist, dass wenn es geht, eben auch politisch festgelegt wird und dass auch die Finanzierung klar ist. Also, das ist ja auch immer eine ganz große Frage, weil wir uns nicht refinanzieren lassen vielleicht. So einfach jedenfalls nicht. Und das ist einfach, ja, wie eine Abteilung QM, auch eine Abteilung Pflegeentwicklung mit zum Krankenhaus dazugehört. Das würde ich mir wünschen und, ja, und das, also was mir natürlich viel Freude macht, ist so dieses Interprofessionelle auch, dass wir da auch noch mehr miteinander, also dass Ärzte wissen, was wir machen, dass wir vielleicht auch noch mehr wissen, was wir Ärzte entscheiden und so weiter und so fort. Ja, und dann vielleicht auch noch die anderen Therapieberufe, das ist ja auch wichtig, dass man mit denen zusammenarbeitet. Ja, die habe ich jetzt vorhin gar nicht genannt, aber bei Schmerz ist Physiotherapie und ganz viele andere. Und, was ich mir auch noch wünsche, ich wünsche mir, dass wir in der Pflege einfach bestimmte Tätigkeiten selbstständiger durchführen dürfen, dass wir nicht immer, wir sind Experten in vielen Bereichen und da finde ich, möchte ich auch gerne wie ein Experte behandelt werden. Also so in die Richtung Vorbehaltsaufgaben? Ja. Beraten, ne? Also es wird immer in allen Experten schon, da steht drin, Mensch mit Kronenschmerzen, das ist wichtig, Information, Schulung, Beratung. Es findet aber auf speziellen Stationen, sicherlich schon, aber bei vielen Leuten findet das gar nicht statt, weil sie A, sagen würden, sie haben gar keine Zeit, aber weil sie dann natürlich dafür auch nochmal weitergebildet werden müssen, ne? Was ist aus deiner Sicht notwendig, dass diejenigen, die über die Pflege entscheiden und über solche Gesetze da mehr einen Blick drauf werfen? Ja, sie müssen erstmal hingebracht werden. Und dann sind wir wieder bei berufspolitischen Dingen, also es geht jetzt ja gerade ganz viel um Pflegekammer und so und dass man nochmal unterscheidet, wofür ist die Gewerkschaft, wofür ist der Berufsverband, wofür ist die Pflegekammer und wir bräuchten noch mehr Lobbyisten eigentlich, die da für uns einstehen. Ich meine, wer, wo ich das denn neulich mal wieder gehört, wegen Corona, großer Expertenrat, der da einberufen wurde. Waren ganz viele Hygieniker dabei, Professoren und so weiter und so fort, aber soweit ich weiß, war keine Pflegekraft dabei, keine Pflegeprofessoren oder so. Und ich finde, oder verstehe es manchmal nicht, da geht es doch um den Alltag der Menschen, also da sind wir doch die Spezialisten eigentlich auch. Da würde ich mir immer auch wünschen, dass wir da besser vertreten sind. Aber wir müssen selber da auch mehr zu tun und für tun und da richtet sich die Kritik auch ein bisschen an die eigene Berufsgruppe. Ja, ich meine, was wir jetzt auch heute nochmal rausgearbeitet haben, ist auch so die Sprache der Pflege und wenn man Dinge einheitlich und mit einem einheitlichen Verständnis versprachlicht, dann kann man eventuell auch anderen gegenüber besser argumentieren. Aber auch das, was du ganz am Vorhin hast, du mich doch mal irgendwie gefragt, wie ich denn von meinen eigenen Kollegen während des Studiums auch so angesehen wurde und das meine ich auch, also dass da vielleicht auch erstmal mehr Aktivität auch da ist, auch für Rechte sich zu engagieren und vielleicht aber auch auch mal ein Interesse dafür zu haben, was machen denn überhaupt so Pflegeforscher, was machen denn Pflegeentwickler, was machen Pflegewissenschaftler. Ja. Das versuche ich eben in meinen Kursen, ne, immer schön auch den Leuten, aber das ist nur eine kleine Gruppe, aber ja, ich hoffe, dass das ein bisschen ist. Ja. Okay. Hast du noch eine Frage, Alex? Nein. Du? Nee, haben wir dich irgendwas nicht gefragt, was du noch loswerden möchtest in unserer Runde? Jetzt wäre ich die Zeit. Ja, jetzt wäre die Zeit. Also, wenn ich so an mein Berufsleben zurückdenke, das habe ich natürlich jetzt, weil ihr heute kamt, habe ich das natürlich auch sehr intensiv gemacht und ich war ja noch sehr jung. Ich bin mit 17 schon in die Krankenpflege und ich habe auch Gymnasium abgebrochen, weil ich ja unbedingt Krankenschwester werden wollte und naja, es war in Herford, dann bin ich nach Heidelberg gegangen und dann war ich in der Uniklinik und ich bin alle zwei Jahre erst Gastroenterologie, schon Intensivzimmer, dann auf die kardiologische Intensivstation, dann der Wunsch, die Intensivausbildung zu machen und es war immer so, gehört immer für mich dazu, lebenslanges Lernen und dann war ich natürlich schulmedizinisch auch richtig gut, nachdem ich da Intensivausbildung nahm wollte, ich habe ja wieder hier nach OWL, Herdecke kennengelernt und da eben noch mal so viel neue Dinge zu lernen, also diese komplementären Pflegemethoden, habe ich ja eben schon mal gesagt und da schlägt immer noch mein Herz dafür, auch ich mache, habe auch hier in Nürnberg dabei, dieser Painless habe ich, weiß ich nicht, seit 2006 habe ich immer nicht medikamentöse Maßnahmen auch unterrichtet, auch da dieses, dazu geschrieben und da denke ich, da können wir so viel machen und leisten und in Heidelberg, klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen komisch, da sagt, da war ich ja gerade 22 oder 23 Jahre alt auf einer Intensivstation, da sagte so ein Patient zu mir, ich glaube Schwester Herzog hat er gesagt, Schwester Herzog, Sie haben Wunderhände, Sie müssen da was mitmachen und dann kam ich später nach Herdecke und da habe ich ja ganz viel mit einer basaltischen Nation, das kam da erst so und das jetzt nur so stellvertretend dafür, das versuche ich auch immer den Kursteilnehmern zu sagen, wir haben als Pflegende so viele Möglichkeiten auf das Wohlbefinden des Patienten einzuwirken und wenn es allein unsere Präsenz ist und wie ich einen Patienten begrüße, ob ich so, naja, so routinemäßig oder mich auch nicht vorstelle und so und ich denke, da können wir so viel machen und da wünsche ich mir, dass all diese Erfahrungen im Laufe meines Berufslebens da gekommen sind und zusammen mit der Forschung und Wissenschaft, dass ich da noch ein bisschen was ausrichten kann und Leute auch, also wenn ich euch das erzähle, dann merken wir, ich bin immer noch begeistert, manchmal bin ich das auch nicht, aber ich bin immer noch begeistert und ich finde, das ist ein toller Beruf. Und das an einem Freitagnachmittag. Genau. Ferien, wir gehen noch. Super. Ja, Susanne, vielen Dank. Danke dir. Dass du dir Zeit genommen hast und ja. Hat Spaß gemacht. Genau. Ein Blick in deine Arbeit und ja, wenn die Hörenden jetzt noch irgendwie Anregungen haben, Feedback, dann gerne die Kommentarspalte im Social-Media-Bereich oder auf unserer Homepage. Wir haben vorhin auch mal ganz kurz, bevor wir angefangen sind, aufzunehmen, so drüber gesprochen, dass unser Schwerpunkt jetzt natürlich auf das akute Setting, also auf das Krankenhaus liegt. wenn jemand von euch oder von den Hörenden im Langzeitbereich arbeitet und Pflegeentwicklung durchführt, dann gerne melden. Da würden wir bestimmt auch noch mal gerne reinschauen. Auf jeden Fall. Dann, genau, wollen wir natürlich auch aufmerksam machen, dass ihr uns unterstützen könnt über Paypal, Steady und so weiter. Und so weiter, genau. und ja, lasst einfach mal Kommentare da bei Facebook oder Instagram. Folgen wir uns immer. Sehr schön. Okay, vielen Dank Eva. Danke dir. Vielen Dank Susanne. Ich danke euch auch. Ganz, ganz herzlich. Alles Gute dir. Alles Gute. Tschüss. 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 Musik 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 Musik